Wir werden jetzt noch zwei musische Einlagen bekommen, bevor der die Gagadin oder der Zahlenhymne singen wird. Trion National Emblem und Trion National Anthem. Trion National Anthem Ladies and gentlemen, here for the singing of our National Anthem accompanied by the President's own United States Marine Band, please welcome Lady Gaga. Applaus Da muss man schon sagen, Lady Gaga ist bekannt für ihre Kostüme 2016 beim Super Bowl. Da war sie noch ein bisschen verhaltener gekleidet, aber... Großartig. Sie bleibt sich treu und ist trotzdem dem Anlass angemessen. Sehr schick und elegant gekleidet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight All the ramparts we watched were so gallantly streaming And the rocket's red glare, the bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there Godot Concile, ne pas gl duda veins STern May doast that star-spangled banner yet wave Now z and studios am ZDF für funk, 2017 The сов Souljus castigate And the home of the brave Also definitiv, ich kriege bei dem Lied immer ein bisschen Gänsehaut. Also ich muss sagen, es war schon mit sehr viel Werf vorgetragen. Sie hat ja doch eine Stimme. Und ein goldene Mikrofon, das habe ich ehrlich gesagt, war bei keiner einzigen Vereinigung eines US-Präsidenten, muss ich dir sagen. Und jetzt steht sie an, die Vereinigung von Kamala Harris.